Wir sind dieses Wochenende wieder beim Anlassen am Nürburgring. Das ist ein Event, wo jedes Jahr mehrere tausend Motorradfahrer zusammenkommen. Neben dem Gottesdienst zum Saisonstart kann man da zum Beispiel auch kostenlos über die Nordschleife fahren. Alle Infos dazu haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Wann und wo ihr uns dort treffen könnt, werden wir als Instagram-Story und auf Facebook veröffentlichen. Also folgt uns dort am besten, um das nicht zu verpassen. Und für alle, die nicht kommen können, werden wir auch ein paar Bilder und Videos dort veröffentlichen. Gut, also bis dann.